hallo ist der martin von dem mann kees dass die dachs handel ist für nun dienstag den 5.12.2023 und unser dachs hatte ganz viel zu kämpfen gehabt am montag die amerikaner die am rechts und links alle gewichten mit nach unten gehangen gerade am nass tag hat einen ordentlichen sprint nach unten hingelegt und unseren dachs natürlich damit ein bisschen die fantasie oben rausgenommen und auch die zuversicht und den mut aber wir sehen eine gute tages kerze ja wie der november so bisher der dezember in noch nicht veränderter version damit bleibt unser dachs natürlich erstmal weiterhin im aufwärts rennt ja alles was wir bisher gesagt haben gilt so auch weiter doji muss man ein bisschen vorsichtig sein ist eine unsicherheits kerze insbesondere wenn wir am folgetag unter dem doji verschwinden das wäre dann so unter 385 der fall 16.385 darunter wird ich ein bisschen vorsichtiger werden vielleicht einen gap close einplan hier ist ja überhaupt noch ein offenes gäbe es sieht so aus na tag ist schluss war 256 tagestief vom folgetag war 279 tief war 273 damit ist trotzdem offenes gäbe also bleibt close 256 255 können wir kurz machen hier als ziel dann erreichbar wenn er unter 385 verschwinden würde muss nun nicht zwangsweise sein dass er dort direkt los rennt ich glaube ich wird gar nicht probieren zu shorten sondern erstmal rein für die analyse seite parat legen und dann einfach wie verhält es sich ich möchte bevor ich hier drin rumschaut erstmal und rote tages kerzen wieder drin haben solange die nämlich nicht da sind wäre auch denkbar ich dich einfach kurz drüber haut dann trotzdem hier wieder nach oben und rennt durch und es ist halt noch aufwärts rennt und das bleibt auch dabei dass allzeithoch ist hier nicht weit weg das sind nur noch wenige punkte sind immer noch nur knapp 100 punkte die da fehlen also was auch schnell auf eine 8 uhr oder 9 uhr kerze oder selbst 15 30 kerze gemacht von daher würde ich hier erst mal ja ich würde mir das noch mal an ich würde das erstmal abwarten wollen aber da dran springt noch oder nicht und grundsätzlich brauche ich hier rote tages kerzen aber sollte ein drehen kann man kann man so ein bisschen eigentlich daran festmachen unter 385 würde ich dann schon richtung 260 anzählen man sollte aber aufpassen 260 250 die kann 2 60 230 die kann die war intraday hier recht wichtig am freitag die könnte auch schon die suppe spucken und deswegen wird ich persönlich glaube ich gar nicht shorten wenn er 3 unter 385 runter geht nachher zieht er von 360 dann direkt frontal nach oben ist es ein guter support das können kann kann durchaus sein er unterbietet die 385 die leute lassen sich schon drei locken breit auf die 360 und steht er wieder oben auf 9 hoch dann zuckt er wieder runter und dann macht er das dreimal und dann steht doch am allzeit hoch und ja alle anderen haben sich raus sägeln lassen wir lassen alles so wie es ist alles so wie gestern auch besprochen auch mit der 6 10 der 595 der herleitung das können wir alles so lassen und die großen ziele unten raus sie bleiben auch gültig aber wie gesagt dafür braucht es erstmal eine rote tages kerze die war noch war und ist noch nicht da und auch auf stundensicht sieht jetzt erstmal nicht so schlimm aus das ist ja im zweifel hier einfach nur zur seite und zur seite ist ist per se im aufwärtstrend nicht negativ zu werden das ist einfach so ja das ist dass das muss man so sagen dass das ist dass das ist das ist so wie unser kanzler sagen wird das ist so ne beziehungsweise war gar nicht unser kanzler das war der andere aber ihr wisst was ich meine punkt ende aus wir lassen das dabei ich schwarze mir hier sonst nur sonst was hinten brei rein und deswegen wir nehmen die paar marken mit 360 3 30 ist ein super support und unter 385 wird es aber ein bisschen a kickte leicht negativ touch durch das doji einfach naja dann muss er sich beweisen bei 360 330 sollte durchrutschen haben wir hier bei 250 260 support punkt kann man erst mal so stehen lassen und wenn das nicht passiert der hier weiter zur seite eiert ist für mich im zweifel eher aufwärts hochrichtung allzeit hoch vielleicht so ganz schwapp drüber da gucke ich da gucke ich genau hin aber das haben alles gestern genauso erzählt das bleibt einfach so gültig wer es nicht mehr weiß er guckt das gestrige video noch mal da brauchen wir jetzt nicht so viel zeit für verlieren ist ja nichts passiert das einfach nur zur seite ja ich mache ihr deswegen zu wünsche euch viel erfolge gutes gelingen am dienstag und dann hören wir uns morgen wieder bis jetzt